Jnana Asana, die Stellung des Wissens, ist eine alternative Sitzhaltung. Gib den rechten Fuß, beuge das rechte Knie und gib den rechten Fuß neben das Gesäß. Dann nimm den linken Fuß und gib ihn in die Hüftbeuge. Wenn möglich, sind beide Knie am Boden oder so weit es geht. Dann gib beide Hände auf die Knie, halte den Rücken gerade und meditiere über Brahman.